hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute ewolf phase 2 und mit dabei ist heute kai gut dass es hier einfach immer noch reimt wie immer jede folge wir sind heute als bucket unterwegs die support klasse in ewolf kai ist trapper richtig ja ich glaube schon aber der neue trapper der neue trapper wie heißt er noch mal wie heißt der trapper trapper elektro ach keine ahnung auf jeden fall der trapper elektro alles klar gut dass du bescheid weißt über deinen helden ich kenne mich nur mit jack gut aus ja jack der das monster ist irgendwo da vorne ich habe getraut gefunden wenn man auch viel drückt was dann kriegst du sohn und scannen dann kriegst du erst mal ein bisschen geschwindigkeit und was dann wo das monster ist wenn ich auf die vier drücke habe ich so ein schild stoß so liegt es in der klasse dann hat das mal haben das alle meine klassen ja oder hinten 90 meter ich habe mir so einen raketenwerfer mit einer lenk rakete glaube ich ist das ja die war ein bisschen schief ja ich weiß nicht wie man die lenkt gute voraussetzungen gleich spiel aber ich kann die schütze aufstellen jetzt falle ich erst mal runter die schütze geben dass man ja das recht nicht so stark pakete tanz of damage oder was kann ich einfach so verdoppeln oh nein es hat mich hier sind keine panzerungen mehr die geschütze die gehen ja richtig ab wo bist du kai vorsicht jetzt geht's los nein kai warte ich helfe hoch komm schon komm schon komm schon oh nein das blöde monster warte los 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 jawohl so muss das panzerung vernichtet es ist weg weg da hinten ist es 90 meter auf geht's gibt es denn wo ist eigentlich noch ja ja man es lief richtig gut alter ja hat schon viel leben verloren display der monster der haut einfach ab kuppel ist in 15 sekunden bereit nice ach so ein albino ist dieses andere monster dieses monster ein klein oder ja genau die auch hier rumlaufen erst mal ein vorteil mitnehmen was so ist bereit noch nicht gesetzt das hat vögel aufgeschränkt da wie kann man die kuppel planten mit f muss der drückt halten und nur einmal drücken sonst wird diese voll wieder abgebaut wahnsinns team das ist wahnsinn hier einfach drauf einfach drauf das ziehen wir nämlich live ab wo ist es denn ach da unten warte erst mal neue türmchen setzen das ist echt scheiße das soll aber jetzt machbar sein oh da geht es ja richtig los wie cool hat das hat das los ich habe einen volltreffer los befähig dich doch mal es schießt mich selber ab wo ist es hier ist gewonnen sehr schön da fliegt das raumschiff zum todesstern arbeit ist getan zum imperator nice das war voll schnell eigentlich die runde ja die war gut tausend schaden denn der rakete ok wo ist der weiß noch mal schnell wo ist der weiß nicht y x hey hey du hey hey wo ist der voice chat kuh hallo 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 keine sache wenn du mich hörst hallo hallo mit gehen nix doch mit g hey 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 ich rede mit dir ich kann nicht hören hey du kannst mich hören ich kann nicht hören ich kann nicht hören er ist einfach rausgegangen ok warum auch nicht ist er wieder drinnen du suchst immer noch gehen wir aus der suche raus ok Leute bewertet das video bist du jetzt raus ok genau danke fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten mal Haut rein!